Du willst Immobilienmakler werden und fragst dich jetzt, was ist für dich die richtige Ausbildung? Und die IHK-Ausbildung ist eine Option, also der geprüfte Immobilienmakler, was du absolvieren kannst. Ich möchte aber heute mit dir das aus einem ganz anderen Blickwinkel einmal betrachten und dir genau die Dinge an die Hand geben, damit du die richtige Entscheidung für dich treffen kannst und als Immobilienmakler durchstartest. Und deshalb ist es ganz wichtig, zuallererst einmal hinzuschauen, was ist überhaupt das Ziel der Ausbildung? Und das Ziel einer Ausbildung ist, und es gibt kein anderes Ziel, ist, dass du das, was du machen willst, danach anwenden kannst, in der Praxis beherrschst und mit dem, was du gelernt hast, erfolgreich bist. Das ist das Ziel. Und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer bei der IHK-Ausbildung. Denn die IHK-Ausbildung hat einen anderen Zweck, sondern dir ein Zertifikat zu verschaffen, wo du am Ende des Tages die Grundlagen, also die theoretischen Grundlagen als Immobilienmakler lernst. Hier gibt es sehr viele fachliche Themen wie Makler, Hintergrundwissen, Recht, Maklerrecht, Vertragsrecht etc. Ich will das gar nicht detailliert vertiefen. Was du aber brauchst, sind ja ganz andere Bereiche, die extrem wichtig sind, denn du willst ja als Immobilienmakler erfolgreich werden. Und schauen wir uns das mal an. Also zahl erst einmal der Zweck. Ich wiederhole nochmal, der Zweck ist, dass du als Immobilienmakler die Bereiche, die relevant sind, um Geld zu verdienen, also Aufträge zu holen, Immobilien zu verkaufen und somit auch Geld zu verdienen. Das musst du beherrschen. Wenn du das nicht weißt oder dir nur eine einzige Sache erklärt wird und du 0,0 Grundlagenwissen, 0 Verstehen darüber hast, wie du Marketing aufbaust, wie du unterschiedliche Akquisequellen überhaupt nutzt, wie du bei einem Verkäufer konkret einen Auftrag erhältst, wie du ihn überzeugst, auch wenn Konkurrenz im Spiel ist, also andere Makler im Spiel sind, wie du dich als Starter positionierst. Wenn zum Beispiel auf der anderen Seite ein anderer Makler da sitzt mit 10, 15 oder 20 Jahren Erfahrung, wie behauptest du dich da? Wie bekommst du überhaupt die ersten Aufträge? All das sind sehr, sehr wichtige Fragen, wo du mit einem Provisionssicherungsregelungen oder Richtlinien oder Ideen nicht viel anfangen kannst, wenn du so weit noch nicht mal kommst. Also die Masse an Theorie bringt dir überhaupt gar nichts, wenn du die Praxis nicht beherrschst, die wichtigen, die relevanten Themen natürlich drauf hast. Dazu gehört auch eben die sogenannte Nomenklatur, also die Fachbegriffe im Bereich Immobilienmakler, im Bereich Immobilie, die musst du natürlich beherrschen, gar keine Frage. Aber dazu zählt in allererster Linie einmal die praktische Anwendung, okay? So, und jetzt schauen wir uns mal an, was sind denn da die relevanten Bereiche für dich, damit du diese Sicherheit bekommst, dass du genau weißt, okay, das ist Schritt Nummer 1, das ist Schritt Nummer 2, das ist Schritt Nummer 3. Weil lass dir nichts anderes erzählen, das sind genau die Dinge, die relevant sind. Und zwar zuallererst mal, wie komme ich zum Kunden? Also das heißt, wie lerne ich das überhaupt zum Kunden zu kommen? Wie funktioniert das? Was sind die Wege? Was sind die Details? Welche Genauigkeit muss ich da an den Tag legen? Also Professionalität, Zielgruppen etc. Also hier, wie komme ich zum Kunden dann? Oder zum Interessenten, ja? Und wie mache ich einen Alleinauftrag? Also wie kriege ich das hin? Ja? So, und wichtig, wie verkaufe ich? Also verkaufe ich, ich nenne das mal 2.0 in 2023, ja? Und das ist für mich immer das Thema Wow-Faktor, ja? Weil am Ende des Tages, am Ende des Tages ist für dich eine Sache sehr relevant. Nämlich, du kannst nur 2 Dinge, wo du dich, also 2 Dinge, wo du dich unterscheiden kannst von der Konkurrenz. Und zwar ist das einmal, deine Person, wo du entweder sympathischer bist, kompetenter bist, professioneller bist als ein anderer. Und auf der anderen Seite deine Arbeitsweise, ja? Das sind die beiden Bereiche, wo du dich unterscheiden kannst. Wenn du jetzt aber kein System hast, sondern nur das Wissen, was alle anderen auch haben, frage ich dich, wie willst du dich unterscheiden, ja? Also das kannst du eigentlich gar nicht. Es ist gar keine Möglichkeit, da sich zu unterscheiden. Ja, aber bei vielen tausend Teilnehmern des geprüften Immobilienmaklers für IHK, dann können wir davon ausgehen. Und nochmal, ich will gar nichts dagegen sagen als theoretische Grundlage. Du musst dir nur die Frage stellen, was willst du? Willst du erfolgreich werden, brauchst du eine praxisorientierte Ausbildung. Und diese praxisorientierte Ausbildung, die beinhaltet eben genau das, wie stellst du dich als Person, also der Personal Brand, wie stellst du dich wirklich auf? Das musst du lernen und du musst die Arbeitsweise lernen. Und dazu gehören im ersten Schritt, um als Immobilienmakler erfolgreich zu werden, drei Kernbereiche dazu. Und die schreiben wir mal ganz kurz auf, weil dann haben wir es auch schon im Wesentlichen. Nämlich das ist einmal das Thema Akquise. Ich kürze das mal ab, also die Objektakquise, dann der Einkauf, bedeutet nichts anderes als den Interessenten, also der eine Immobilie verkaufen möchte, zum Kunden zu machen, also einen Alleinauftrag. Und last but not least, hier auf der anderen Seite eine Immobilie zu verkaufen und zwar auf einem hohen, wenn nicht sogar auf dem höchsten Niveau. Und zwar so, dass beide Seiten, Verkäufer und Käufer, absolut zufrieden sind und begeistert sind von deiner Leistung, die du leistest. Und dazu gehört erstens ein System. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei gehört dazu natürlich das entsprechende Praxiswissen. Und das kannst du nur lernen von echten Profis. Ich lade dich ein, von meiner über 30-jährigen Praxiserfahrung zu profitieren, dich hier in der Infobox einfach für ein kostenfreies Beratungsgespräch einzutragen. Und wir zeigen dir unser System, wie wir dich zu einem wirklich erfolgreichen Immobilienmakler, der praxisorientiert, aber natürlich auch vom Know-how her, absolut auf dem höchsten Level mitspielen kann und das ab der ersten Immobilie. Deshalb klick jetzt auf den Link unter diesem Video, trag dich ein und dann werden wir gemeinsam sprechen, wie du die richtige Ausbildung bekommst, praxisorientiert und damit du es wirklich auch anwenden kannst. In diesem Sinne, mach's gut. Vielen Dank.